Eine Dua, gesprochen von Ibrahim a.s. Eine Dua, so gewaltig, dass Allah daraufhin seinen Diener vor seiner Feindung errettet. Es wird überliefert in Sahih Mukhari, dass der Prophet s.a.w. sagte, Hasbunallahu wa Na'mal wakim wurde von Ibrahim a.s. gesagt, als er ins Feuer geworfen wurde. Diese gewaltige Dua wurde außerdem vom Propheten s.a.w. und seinen Gefährten gesprochen, wenn eine Situation hoffnungslos erschien. Das Volk Ibrahim a.s. hatte verschiedene Götzen angebetet. Diese Götzen schufen sie mit ihren eigenen Händen. Es gab Statuen in allen Größen und Formen. Dies machte Ibrahim a.s. sehr traurig. Denn er war ein treuergebender Diener Allahs. Eines Tages, als sein Volk die Götzen unbeaufsichtigt ließ, schlug der junge Ibrahim a.s. den Götzen den Kopf ab, um seinem Volk aufzuzeigen, dass diese keine Götter waren und um ihnen aufzuzeigen, in was für einem großen Irrtum sie sich befinden. Als Ibrahim a.s. seinem Volk mitteilte, dass er für die Zerstörung ihrer Götzen verantwortlich ist, war sein Volk außer sich verwut. Sie schmiedeten den Plan Ibrahim a.s. zur Strafe bei lebendigem Leibe zu verbrennen. Dafür sperrten sie ihn ein und entfachten ein Feuer, welches sie drei Tage näher, bis es ein gewaltiges Ausmaß angenommen hatte. Könnt ihr euch das vorstellen? Dieser edle Gesandte Allahs, eingesperrt und im Wissen darüber, bald bei lebendigem Leibe in ein gewaltiges Feuer geworfen zu werden. Was für eine schwierige Situation. Auch von seinem eigenen Vater konnte er keine Hilfe erwarten, denn er war einer der Götzen hier. Als die Zeit gekommen war und sein Volk seinen Plan vollendete und es für Ibrahim a.s. keinen Ausweg mehr gab und sie ihn schließlich ins Feuer warfen, sprach dieser edle Gesandte Allahs diese gewaltige Dua. Als Ibrahim a.s. alles in seiner Macht stehende getan hat, um die Botschaft Allahs seinem Volk zu verkünden und sich nun in einer Situation ausgesetzt sah, in der er nichts mehr tun konnte, hat Allah dem Feuer seine Eigenschaft des Verbrennens entzogen, sodass es kühl wurde und ein Segen für Ibrahim a.s. war. Das Wort Wakil im Arabischen bedeutet so viel wie Anwalt. Es heißt, dass man alles Mögliche auf dem Wege Allahs leistet, was man zu leisten kann. Alles Mögliche tut, was in der Macht steht und alle Mittel, die Allah uns für Halal erklärt hat, ausschöpft. Die Begrenztheit seiner selbst anerkennt. Und dann, am Ende, wenn man alles getan hat, auf Allah den besten Sachverte, den Schöpfer von Himmel und Erde, dessen Möglichkeiten unbegrenzt sind, vertraut und ihm, subhanahu wa ta'ala, seine Angelegenheit übergibt. Nach dieser gewaltigen Dua Ibrahim a.s. hat Allah dem Feuer seine Eigenschaft des Verbrennens entzogen und es zu einem Garten und Segen für Ibrahim a.s. gemacht. Allahu Akbar! Allah hat einfach die Gesetzmäßigkeiten der Natur aufgehoben, als sein Diener seine Hilfe brauchte. Deswegen, liebe Geschwister, seid niemals hoffnungslos. Egal, wie schwer oder ausweglos eine Situation zu sein scheint, verlieb niemals die Hoffnung auf Allah. Liebe Schwester, lieber Bruder, wenn auch du dich in einer schwierigen Situation befindest, aus der du vielleicht keinen Ausweg kennst, obwohl du dein Bestes getan hast, sprich auch du aus tiefstem Herzen und voller Überzeugung in diese Dua, auf das Allah auch dir helfen möge, genauso wie er a.s.w. seinem Diener Ibrahim a.s. in einer ausweglosen Situation geholfen hat. Hasbun Allah und Nammal Wakil in einer ausweglosen Situation geholfen hat. Die Diener Ibrahim a.s.w. hat. Untertitelung des ZDF, 2020